Rosalinde Haller ist noch erkrankt. Sie sendet Ihnen die besten Wünsche und auf diesem Weg die Tagesenergien. Tagesenergien, Rosalinde Haller, Sonntag, 28. Februar. Sie checken alles gerne nochmals geistig durch. Dann sind Sie bereit, von Beziehungen bis Haus und Wohnbereich zu entrümpeln und überholt es loszulassen. Ihre Herz-Kopf-Balance ist sehr gut. Was nicht zu schwer geht, ist das Richtige. Wenn Sie etwas durchsetzen wollen, nutzen Sie die natürliche Autorität, welche Sie heute besitzen. Haarentfernung, Harzen wäre heute weniger schmerzhaft. Bauernregel, ein Februar mit viel Frost und Wind macht die Ostertage lind. TV 21 Austria Einfach anders! Ben You 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 Untertitelung des ZDF, 2020